Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Raumwetterheit am Dreisesselberg auf gut 1300 Meter Höhe im unteren Bayerischen Wald bei tiefblauem Himmel und wunderschön verschneiter Landschaft. Die Schneehöhe beträgt an unserer Wetterstation am Dreisessel aktuell 1,6 Meter. Perfekte Wintersportbedingungen heute im Bayerischen Wald. Da sehen wir den Blick zum Dreisesselfels. Perfekte Wintersported Die Raueisablagerungen sind teilweise einen halben Meter dick auf den Bäumen. Die Raueisabin Die Raueisabin Die Raueisabin Unsere Wetterstation am Dreisessel, erst vor knapp einer Woche vom Eis befreit. Und jetzt hängen schon wieder 20 cm wieder dicke Raueisablagerungen an der Wetterhütte dran. Hier sehen wir das Messfeld von unserer Wetterstation am Dreisessel. Absolut, ja, haben wir Winterwetter heute, besser geht euch fast gar nicht. Und jetzt wird das Messfeld von der Wetterstation am Dreisessel, erst vor knapp einer Woche vom Eis befreit. Und jetzt wird das Messfeld von der Wetterstation am Dreisessel, erst vor knapp einer Woche vom Eis befreit. Und jetzt wird das Messfeld von der Wetterstation am Dreisessel, erst vor knapp einer Woche vom Eis befreit. Und jetzt wird das Messfeld von der Wetterstation am Dreisessel, erst vor knapp einer Woche vom Eis befreit. Und jetzt wird das Messfeld von der Wetterstation am Dreisessel, erst vor knapp einer Woche vom Eis befreit. Mit der Wetterstation am Dreisessel mit der Wetterstation im Dreisessel, erst vor knapp einer Woche vom Dies belli working sehre und noch nie. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.